Ja, das war klasse. Jedes Mal, dass sie alleine vor dem Tor steht oder jedes Mal, dass sie in die Tiefe geht, weiss man, okay, jetzt ist das Tor. Zum Schluss, lange für Torsche zu Königin ist das natürlich geil, aber eigentlich ist mir egal, ob das jetzt langt oder nicht. Jetzt habe ich andere Ziele mit der Mannschaft. Das war's. 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 Das ist eigentlich das Wichtigste. Wegen dem probiere ich weiterhin viele zu schiessen und wenn ich am Schluss der Saison immer noch dort oben bin, dann ist es natürlich umso schöner. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal.